Was stimmt heute? Wir haben das Thema Schwarzlichttheater, wie ihr sehen könnt. Wir haben es auch so gedacht, dass wir das Thema Musicals bearbeiten und jetzt zuerst erstmal ein bisschen zeigen, was kann man machen im Schwarzlichttheater. Und dann sammeln wir ein paar Merkmale und danach sollte man selber aktiv werden und zu bestimmten Musicals Präsentationen erstellen.